So, das hier ist Sauerampfer. So sieht der aus, wenn der blüht. Bei diesen Blättern kann man es super sehen. Die Blätter gehen hinten so hoch. Meistens gehen die auch um den Stamm drum herum, zum Beispiel wie hier. Und wenn der noch nicht blüht, dann sieht der so aus. Und beim Sauerampfer ist das voll einfach, den zu erkennen. Ihr nehmt den einfach in den Mund und kaut ein bisschen drauf rum. Und wenn der sauer schmeckt, dann ist der Sauerampfer. Und ich finde, Sauerampfer ist voll lecker. Der ist nicht bitter, aber der ist halt ein bisschen sauer. Und das finde ich gut. Da kann man guten Salat draus machen. Und wenn der Sauerampfer ist, dann ist der Sauerampfer. Und das ist halt ein bisschen sauer. Wenn der Sauerampfer ist, dann ist der Sauerampfer. Untertitelung des ZDF, 2020